Oh, es gibt noch Stahl! Ja, wie cool! Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Das ist richtig! Okay, Digga, er ist ja miese... Digga, was geht bei dir ab, Junge? Holy Shit! Ja, wo fliegen die Ängste hin, Digga? Oh mein Gott, du hast ihn so gepupst! Digga, dieses Curse-Ding, ne? Ist so Hardcore-Kacke! Das ist so Hardcore-Kacke, der Curse! Das ist ne Scheiße! Wieso bin ich so Arsch-Langsam nutzlos? Nein! Oder revive mich, ja! Machst du gut! Ach, das lädt erst! Ach, das lädt! Und dann kannst du wie ein Reviver machen! Nein! Ach, so viel Damage! Junge, ist wirklich so ein Raster! Wieso waren da unten keine Früchte? Digga! Ich kann das alles nicht mehr! Wir sind dritter! Digga, mein ganzes Game ist gerade gebuckt! Digga, ich habe... Mein ganzes Game ist gef***t! Ich kann nicht tun! Wieso habe ich 500 Appling? Ich kann nicht tun! Digga, warum war denn mein ganzes Game gerade gef***t? Du hast ja noch gekillt! Ach Digga, Junge! Wieso bin ich eigentlich so schnell immer tot? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du scheiß Donkey! Du Donkey! Was soll ich... was soll ich machen? Was soll ich machen? Junge, irgendwas! Ich habe mir gerade die Items angeguckt! Oh mein Gott, Junge! Ja, ich revive dich! Komm her! Ich komme halt mit 30% AP zurück! Mann! Digga! Das war aggressiv! Alle 4,50 Gruppen! Ich habe eh gedrückt! Hallo! Riot Games! Scheiß Spiel! Wir sind wieder dritter! Boah, ich spiele Karma! Okay Daniel, wir müssen jetzt gewinnen! Okay Daniel, wir müssen jetzt gewinnen! Okay Daniel, wir müssen jetzt gewinnen! Ja, stark! Ne, doch nicht! You Heels and Shields can critically strike! Man, man denkt sich sowas aus! Digga, gib mir Summonary und Komete, Junge! What the fuck! Und hinter die? Abfahrt! Ich will gucken, was passiert! Ich habe schon direkt getroffen! Auf die? Wie f*** die? Was? Dann auch die Pflanze, wenn ich spot! Ja! Ich block alles für dich! Okay, sie tippelt sich weg, obwohl ich sie ein bisschen auf sie habe! Auch süß! Ach, sie will reviven! Kann sie jetzt jetzt? Kann sie jetzt jetzt? Nein! Error hast du nicht gesehen! Ne, der ist doch irgendwo hier angeflogen! Der ist drei Meter da liegen gewesen! Nooooo! Nice, nice, nice! Oder ein Night Harvester! Ich baue Night Harvester! Guck, wie viel F*** viele ability haste es gibt! Night Harvester! Your attached to your ally? Ne, ich reroll nochmal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge, es kracht zu gewaltig, ne? Wenn ich mir nur noch Cosmic hole! Oh! Dani, wir spielen den Long Game, okay. Master of Duality. Decks geben mir APs. Abilities geben mir AD. Wann darf ich mich bewegen? Ich war 4 Sekunden zu 10 von 6 Sekunden fein. Ja, bist du wieder. Ich bin direkt zu 10. Wieso revivet er sich eigentlich 50 Mal? Dann darf es ein bisschen kleiner werden. Achso, ja, okay, true. Ja, du weißt. Ja, die Scheiße, Dicke. Bro, ich hab 218 Ability haste. Jetzt hole ich mir gleich Horizon Focus und krieg noch mal mehr. We need to lock the fucking Karma down. Mit dem redet er. Mit den Stimmen. Dicke, sehr sauer. Guck mal meinen Speed an und alles, was ich hab. Was ist denn der Golde? Was ist denn der Golde? Wie viele Ability haste. Wie, what the fuck, Junge. Digga, war dein AP, Junge, holy shit. Digga, what the fuck. Digga, was ist bei dir los? Junge. What the fuck? What the fuck? This is crazy, Junge. Das ist kriminell. Ich muss eigentlich alle Tasten nur drücken, die ich besitze. Ich auch. Und so mehr Tasten nicht. Und so mehr ich Outdrag und Abilities macht das so besser. Nicht mehr als 300? Weiß ich, ne. Und Ende. Hey dann, ich war sowieso Ravadons. Oh blöd, Digga. Kalista wurde revived. Unser Kacke von ihr. Wie lebe ich? Revive ich jetzt nicht Kalista. Ja. Ach Digga, ich bin so schnell tot gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge, let's go. Alter, war das sick. Hä, die Frage ist, was hole ich mir ins Letztes? Wir müssen jetzt eh nicht fighten. Ich hole mir Imperial Mandate. Ich muss halt Dick ulten, aber ich darf halt nicht Wiege ulten, weil das auch keines der ultet wird. Mhm. Ich hab sie. Hm, GG. Das ist die Combo. Ich muss halt nur die richtigen Tage drücken. Ja. Das ist free. Digga, scheiße. Wir haben ja nicht ein Game gewonnen. Das kommt nicht ins Video. Ich hoffe, das ist ja nicht so. Ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Vielen Dank.